Yo, was geht YouTube, Alter? Heute spielen wir Life After Death, Alter. Und ich hab von nix Angst. Hier ein Clip. Oh. Hey, yo, Alter. Und jetzt gehen wir rein in die Euge. Let's go. Okay. Okay. Irgendwie ist es ein bisschen ruhig hier. Ja, wer macht mir denn da die Tür auf? Keiner hat Angst. Okay, ich vielleicht ein bisschen. Okay. Oma ist da. Oma? Irgendwie muss ich das Feuer ausmachen. Irgendwie muss ich das ausbekommen. Aber wie? Wie kann es sein, dass so Horrorspiele so schwer sind? Ah! Yeah! Let's go! Feuer in hell! Oh! Happy Children's Day. Okay, und jetzt? Ist Oma wieder da oder so? Oma! Ah! Das war vor und zu! Okay. Löwe, mir da. Oma! Oma! Jesse, today you are five years old. We will go to the park. We will eat Cotton Candy and Ice Cream. And there will be a huge cake. Oh, wir haben noch eine Kerze gefunden. Ist das derselbe Text? Nee. Meine Eltern. Wir hatten eine Exemplare-Familie und mein Freund Protektor gab das Recht. Ja, herzbar. Omaaa! Omaaa! Monacoim! Das war ganz lustig, ne? Was war das denn? Die wirft den Bildern nach Monacoim. Omaaa! Ich hab irgendwie Angst, diese Kerze aufzuheben. Ich hab Angst, diese Kerze aufzuheben. Ich hab Angst. Scheint alles gut zu sein. Wer spielt, oder? Einfach gehen, einfach gehen. Alter, wir müssen jetzt in diesem drecksdunklen Gang. Ach du Kurve. Omaaa! Geisterleiter! Wow! Meister Splinter einfach! Was macht der denn hier? Omaaa! Kann der aufhören, diese Tür mal aufhören? Ach, jetzt? Omaaa! Oma, ich komm rein! Oma, maximal alt, wenn du jetzt kommst. Was gibt's im Kühlschrank? Wo ist denn der Müll, Bruder? Oh, die letzte Kerze. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Meine Mutter ist kind, sympathisch und meine Klosetperson. Hör auf, sonst hättest die Oma, Digga. Was ist das denn? Three of the keys for your freedom. Freiheit! Oh, was ist in dem Schrank? Wow, mein Skelett, Ammoner. Ach, du Kacke. Ich gucke nie wieder, was in dem Schrank ist, Digga. What the fuck? Ich gehe jetzt einfach. Das ist nicht mein Problem. Oh, mein Gott. Ich habe eine Kloset. Oma, was ist ein Geistrapp? Das ist ein Geistrapp. Was ist das? Ich kann mich in meinem Bett. Was ist das? oh Okay, oh mein gott, woher kam die denn bruder, alter aus welcher ecke kam die Weil ich weiss nicht wo diese vitamine sind digga, wo sollen die sein, OMA Fressefenster, hör auf sowas machen Ah warte, kann ich die Schubladen gucken? Aber beim Vorhang kann ich auch nichts machen Ich bin tot, boah, irgendwas wird gleich passieren Jetzt geht das auf, oder was? To remove an obstacle Was könnte ich mit nem Hammer weg machen? Hä, das ging doch vor allem nicht auf Dieses Spiel verarscht mich voll Egal, scheiß drauf, wir können gehen Ich glaube, wir geben eine F*** Äh, 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 äh Freiheit! Freiheit! Let's go! Ah, dafür ist der Hammer! Get out of here! Oma? Was hat Oma da gemacht, bruder? Boah, date! Date einfach! Nein! Okay Lass mich hin, du! Oma! Chill Oma, chill! Ich dachte wir sind Habibis! Ich dachte wir sind Brass! Jaaa! Die Oma will bloß, oh! Keine Panik, keine Panik Keine Panik Oma! Hör ab, boah, oben! Uah! Hey, was sind das die ganze Zeit für Jumpscares, Bruder? Ok Ricegut- Nein! Alles gut, alles gut! Alles gut, alles gut! Die Leute in der Foto sind eure Familie. Dein Vater lief immer deine Mutter und vertraute sie mit allen Geheimen. Das ist mir scheißegal! Haben die überall jetzt hin? Oma! Oma! Was ist? Was ist? Es tut mir leid! Ich glaube ich muss die Tabletten ballern. Oh, die Tür ist offen. Alltag in Frankfurt. Wo gehen wir rein? Oma? Mach zu amana. Wollah die sind in der Badewanne! Wollah die sind in der Badewanne! Da! Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Was ist das für ein Wasser, Bruder? Wollah die sind in der Badewanne! Wollah die sind in der Badewanne! Was hat's tun? Was ist das für ein Baby? 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 Die hat sogar Hörner! Schädel einfach! Die Baby ist da! Bin ich krank? Oh fuck! Wie gruselig! Assalamu alaikum! Bruder ich komm! Ich rette dich! Oh! Der Bruder stirbt! Na Baby? Oh mein Gott, ich muss den retten! Find an Oxygen Mask! Digga, spiel ich die Great's Anatomy! Der stirbt! Der stirbt Bruder! Wie soll ich den retten? Wie soll ich den retten Bruder? Hey, atme! Bruder ich rette dich! Need to connect a hostpress Ein was? Wir müssen den Bruder retten! Was haus Bruder, was? Ich hab's geschafft! Der Bruder ist tot! Der Bruder ist tot, was soll ich euch sagen? Der Bruder ist tot! Got a hurry! Two minutes left! Na da! Habi, ich rette dich! Keine Ahnung, wie ich dich retten soll! Oh, eine Minute left! Bruder halt durch! Ich rette dich! Nein! Nein, die haben ihn verloren! Nein! Das war mein Opa, du ehrenloser, schreibt einer! Hähäp!